Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa V3 Killing Harmony. Ja, ich würde gerne dieses Spiel von Final sehen, aber es sind jetzt so viele Dinge passiert, irgendwie innerhalb kurzer Zeit. Und Final hat heute leider auch einen guten Punkt angebracht, weil dieses Spiel wäre ja mein Spiel, also dieses Spiel wäre ja seine Strafe, wenn ich das Race gewinne. Und sein Spiel, äh, für mich wäre wesentlich kürzer. Das ist leider nicht fair, weil Danganronpa länger dauert, deswegen kann ich ihm das Spiel nicht mal als Strafe geben. Wobei es ja gar keine Strafe wäre, es wäre einfach ein Spiel, was ich sehen will. Muss ich ihm irgendwas anderes geben, aber da habe ich jetzt schon schlechte Laune. Man kann das sogar abspielen, cool. Ja, es gäbe eigentlich zwei Optionen. Entweder gebe ich Final ein anderes Spiel, was ähnlich lang dauert wie seins, oder ähnlich kurz in dem Fall, was dann wahrscheinlich Battletoads wäre. Würde mich auch freuen, aber ich habe mich jetzt schon so sehr auf das Spiel gefreut, jetzt bin ich irgendwie total im Eimer, deswegen. Oder aber, er müsste mir mehrere Spiele geben, die dann quasi, also die dann fast die Länge haben von diesem Spiel hier. Ja, wäre auch irgendwie unfair, dass er mir dann mehr Spiele andrehen darf, als ich ihm. Vor allem diese ganze Scheiße von wegen, oh, hoffentlich gewinnt Final, Wolf darf nicht gewinnen, Danganronpa ist scheiße. Die Leute gönnen mir auch gar nichts. Was habe ich ihnen getan, das verstehe ich nicht. Ich meine, ich bin sogar mit Adolf Hitler verglichen worden. Warum? Ich habe nie irgendwas getan und jetzt sowas. Was habe ich gesagt? Wo ist das? Um, so, zu summarize this discussion. Kokichi used the Electro Bomb in the Hengi and the Exosols to watch Monokuma. Thereby creating a scenario in which Monokuma... ...has no idea of who the culprit is? I told you there's no point. Kokichi's the one who's controlling Monokuma! No, Kokichi might not be controlling Monokuma at all. What? But Kokichi's the mastermind, right? Shouldn't he be controlling Monokuma? Kokichi might not be the mastermind. What? Remember that the only reason we think that is because Kokichi told us. Monokuma hasn't said a word about that. It's possible that Kokichi is just lying to us. No way I lied! I'm definitely controlling Monokuma. The mastermind of the killing game is totally me. The one who painted humanity's last survivors against each other is... All me, baby. Right. He's a remnant of despair. How did we forget that? But that doesn't necessarily mean that he's the mastermind. Um, well, I guess. But is that really possible? You're out of Monokuma? I can't answer that without causing problems. Because I gotta run this trial fair and straight. Even more reason to give us the answer. If you don't tell us the truth right now, you'll be an accomplice to Kokichi's lies. Does that sound like a fair game? Would you say this class trial is fair? Yeah, tell us! It's Kokichi the real mastermind or not? No need to think about it. You're being way too forward now. Aren't you normally the forward one? I mean, I don't mind, because that's probably part of your strategy, too. But in the interest of fairness, I suppose it's time to tell the truth. Unlike the lies you love so much, the truth should be impartial to everyone. And what is that truth? I'm not being controlled by Kokichi. Because he's not the mastermind. Is that really true? Kokichi was just messing with you. I never once said he was the mastermind. Then it was all Kokichi's lie? Yeah, that is what that would mean. With the key from the last motive, he was the first to learn the truth of the outside world. Based on his deductions, he fabricated a lie to make you all think he was the mastermind. I see. Kokichi's own deductions. His deductions got a lot of details right, though. Pretty impressive, honestly. But what about the exit song? If Kokichi wasn't the mastermind, how'd he control them so easily? He just used Mews remote control, right? Mews Fernsteuerung. So the remote that Kokichi was using was made by Mew? Oh! You didn't know? Mew not only invented the Electro Bomb and the Electro Hammer, she also made a remote control that can hijack any electronic device. Kokichi just slapped a receiver on each of the Exosols and took them for a spin. Hey, isn't it a bit unfair to tell them all that? Fairness has nothing to do with it. I offered up that info purely out of spite. Fight towards you for trying to usurp the mastermind's role and take over the game! Well, whatever. It's way more interesting to defeat an enemy who plays dirty anyway. What's going on? What's going on? It seems like they're actually fighting. There's no doubt about it. Kokichi isn't the mastermind. Kokichi is just being dragged around by Kokichi's lies the whole time? What were you trying to accomplish by pretending to be the mastermind, Kokichi? Kokichi is just being dragged around by Kokichi's lies the mastermind. What? Was? Ganz einfach, weil irgendjemand das Mastermind sein muss. Weil, wie soll das Ganze sonst vonstatten laufen? Außerdem, Kaede wusste es auch schon von Anfang an. Also ganz im Ernst, wenn Kokichi nicht das Mastermind ist, und das glaube ich, um ehrlich zu sein, auch die einzige Person, die es meiner Meinung nach sein kann, ist Tsumugi. Weil, meiner Meinung nach ist sie auch die Täterin vom ersten Mord. Und hat es Kaede in die Schuhe geschoben, und sie ist das Mastermind und... Ja, das ist mittlerweile meine Meinung. Das wahre Mastermind ist nicht Kokichi. Wer könnte es denn sein? Tsumugi. Ich denke, es wäre Junko Enoshima, aber das kann nicht sein. Außer, sie ist wieder da. Das wäre aber noch idiotischer. Sie ist tot. Wir sind niemals mit ihr in Kontakt gekommen. Wenn dann... Wer ist es? Wer plant dieses Tötungsspiel? Ja, und Prinz Junko meinte, ich soll nicht so wortwörtlich übersetzen. Ja, aber... Ich muss die Texte ja lesen, und... Naja... Ich bin ja nicht perfekt in Englisch. Ich übersetze es so, wie ich es am besten kann. Vieles ist falsch, tut mir leid. Aber, naja... Solange es nicht komplett hoffnungslos ist, und so einigermaßen verstanden werden kann, ist es dann nicht so schlimm. Also, diese Gespräche hat sich aus den Ränen. Lass uns alles wieder aufhören. Diese Klasse-Triale ist zu entscheiden, wer die Culprache ist, nicht die Mastermind. Also, ja. Geht zu sprechen! Ich verstehe. Vorher wir uns über die Mastermind ist, oder was meine Intent ist, wir entscheiden, wer die Culprache ist! Aber Monokuma weiß nicht, wer es ist. Wie soll er die Ergebnisse zeigen? Wir müssen uns über das beschäftigen. Wir lassen uns einfach die Decision-Makung auf Monokuma. Aber wir müssen auch die Klasse-Triale fahren. Also, keine Fehler, okay? Sie versuchen mir zu machen, was ich zu tun? Wir haben uns beobachten, zu lösen diese Fallen. Aber du kannst nicht nur ein spectator sein. Du kannst in der Klasse-Triale teilnehmen. Also, wir beginnen diese Klasse-Triale. Monokuma, du musst dein Gehirn benutzen, auch. Dies wird der finalen Klass-Triere. Ich vs. Monokuma. Du vs. Monokuma? Wenn ich ein Spiel spielen, ich entdecke zu gewinnen. Aber was ist es, wenn ich in diesem Spiel gewinnen? Bezüge die anderen Spieler? Nein. Bezüge die Spiels-Mastermanie ist wirklich. Und das ist wie ich gewinnen! Das ist das, warum ich entschieden, Monokuma! Wenn ich den Monokuma verabschiede, dann bin ich der Winner! Du hast uns so zusammengefasst, um zu gewinnen zu gewinnen? Wie ich erwarte, dein Gedanken-Prozess defies all die Logik. Aber seit dem Außenwelt war in total Ruhe, dieses Spiel ist der einzige Unterteamme, die wir hier haben. At least, ich kann das Spiel genutzt, und fühle mich gut gewinnen. Du bist wirklich ein Rennen mit der Spare. Dein Weg zu denken ist nur Kaya. Ja, aber was. Lass uns das einfach anfangen. Wenn die Studenten oder Monokuma nicht wissen, wer die Gruppe ist, dann bin ich der Winner! Nicht unterstimmten mich! Oder Shuichi und die anderen! Wenigstens ist er in diesem Spiel nicht so schlimm wie in den Vorgängerteilen. Auch wenn er Kaya gekillt hat. Es ist wie ein Remnant des Spare, um zu versuchen, die Kontrolle des Spiels zu nehmen. Aber diese Kinder sind alles, was von Hope's Peak Academy ist. Wenn du denkst, dass sie das für dich einfach machen, dann denkst du wieder! Welche Seite hast du hier? Die Seite ist nicht wahr? Monokuma joins deine Party! Wer hat dich? Jetzt, wir uns die Forse und die Wahrheit zu tun haben! Wir waren es auch. Let's just ignore Monokuma. His actions are always beyond comprehension. Ja! Let's just focus on the case! Hey! Be quiet so we can ignore you! Now, where should we start? We've already established what Kokechi is after. He's just gonna keep talking anyway, isn't he? In my experience, whenever you learn a new fact, you learn something else along with it! Yes, let's look for that. You warmed up to him real fast. I guess you are both robots. So, eine andere Wahrheit kam heraus, also kam hervor. Das Stück von Beweis ergibt jetzt... Also, dieses Stück an Beweismittel ergibt jetzt mehr Sinn. Den Beweis, den ich nicht in meinen Kopf zurückdrücken konnte. Ja, toll, wenn ich jetzt wüsste, wovon die Rede ist. Das hatten wir... Das hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Das hebe ich mal auf. Leere Giftflasche. Moment, leere Giftflasche! Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht, was ich nicht wissen. Ich weiß nicht, was ich falsch war. Aber irgendwie, die Giftflasche war doch wieder zurückgebracht worden. Moment, erstmal das da. Das hatten wir, das hatten wir. Das hatten wir. Das auch. Ergibt Sinn, ergibt Sinn. Elektrobombe auch. Okay, was er kamt. Achso, das war das, ja. Das da, oder? Ne. Ich weiß nicht mal, was er meint. Okay, versuchen wir mal das. War es auch nicht. Ich habe es einfach mal versucht. Ja, ich werde jetzt sterben. Macht aber nichts. Kichis Kleidung. Die Kleidung ergibt keinen Sinn. Ne. Okay, dann werde ich mal gucken, wenn Kichis verschwinden. You can't let it end here. Oder so. Was, Elektrobombe? Oh ne, von hier aus. Wahrscheinlich war ich kurz von... Wahrscheinlich war ich kurz vom Save-Punkt. Ist ja doof. Also, vom Checkpoint. Du liest schon. Ja gut, zum Glück weiß ich das noch. Oh, verdammt. Achso, war's die andere. Ja, die Hydraulikpresse. Stimmt, das war ja das. So viel wiederholen zu müssen, ist dumm. Ich hätte mir Checkpoints enger setzen sollen, aber okay, das wäre dann wahrscheinlich zu einfach gewesen. Weil ich habe jetzt drei Fragen. Na gut, vier Fragen beantwortet. Genau, ich glaube, das war die letzte Frage, die ich beantwortet hatte. Weil der Körper ja zerquetscht ist und wir ihn nicht untersuchen können. Oh, ja. Voting Time. Ja, keine. Muss ich gar nicht lang nachdenken, wenn ich nehm. Na, jetzt dreht Monokuma durch. Genau, jetzt war ich das selber nicht. Und jetzt kommt das stundenlange die Quatsche. Gut, dass es diese Skip-Funktion gibt. Oh, okay. Watching him. Genau, das war's. Das sind, dass die Antwortmöglichkeiten immer an derselben Stelle stehen. An derselben Stelle sind. Man muss sich also nur merken, welche Nummer man wählt. So könnte man theoretisch ganz leicht ein Longplay von dem Spiel machen. Oder man lernt es einfach auswendig. Bing, 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 bing. Wie beim Flip-Automaten. Kommt's mir so vor. Klingt aber lustig. So, ich will jetzt die gleiche uns anschließen, oder? Oh, so viel. Ich war tatsächlich wahrscheinlich kurz vorm Checkpoint. Vor allem bin ich ein bisschen müde, weil ich gar was gegessen habe. Das ist noch dimmer. Redet nicht so viel. Kommt endlich zur Sache. Ja, was? Jetzt schließt er sich uns an, gleich. Ja, ja. Deine Monokuma-Musik ist bescheuert. Und jetzt kommt gleich die Frage. So. Jetzt mach ich aber ein Zwischensafe. Damit ich zur Not hier laden kann. Muss ich einfach nur den Spielstand laden. Oh, er war direkt vor der Frage. Perfekt. Moment, das Video. Wenn die Elektro-Bombe geworfen wurde, dann kann doch gar kein Video aufgezeichnet worden sein, oder? Das ist es! Was fällt mir jetzt erst auf? Ohohoh. Let's discuss the video of Kaito being crushed by the hydraulics press. Kokichi said that he filmed that video to prove he was not the victim. But we know that Kokichi was trying to mislead Monokuma. So what about the video? It's pretty strange to present evidence that condemns you, after all. Then what kind of mistake was Kokichi trying to get me to make? Maybe he crushed Kaito with the hydraulic press, so the cause of death would be unknown? But if that were the only objective, there would be no need to film it. Discovering the crushed body would have been enough. No need to show us the film. That's true. I guess you're starting to fit in after all. You get any cuter, I'm gonna hug you. Huh? Really? There must be a reason you went out of your way to show us the body being crushed. No reason really. That's just my twisted personality. Er liegt schon wieder, Kokichi. Ja, in der Tat. Das ist eine Methode deiner Bösartigkeit. Also nicht Bösartigkeit, aber Madness als sowas ähnliches. Wenn du wirklich wolltest, dass Monokuma einen Fehler begeht, dann zeig uns das Video. Oder indem du uns das Video gezeigt hast. Dann muss es dann etwas damit zu tun haben, dass du Monokuma an der Nase rumführen wolltest. Das Video aufzunehmen, um die Identität des Mörders... Äh, achso, weil der Mörders Video aufgenommen hat, um die Identität des Täters geheim zu halten. Was... Oh, das kann ich verschnellern? Ich attaste Vasen. Ne. Was kann nicht identifiziert werden, auch wenn man das Video vom toten Körper gesehen hat? Ähm... Das weiß ich nicht. Falsch. Okay, schon mal kein M. Ne, Victim. Ah. Ah, okay, okay. Victim heißt es, oder? Der Täter. Okay, das war einfach. Ist das überhaupt möglich? Nein. Das ist eine Frage für später. Von jetzt an, wir wissen, dass... If you show the moment of Kaito's death, of course it would lead us to believe he died. Even if we can't positively identify the body, we would still believe Kaito was the victim. And that might be exactly the mistake that Kichu was going through. Does that mean the victims were switched? Switched? Then it was some other dead body that got crushed by the Hydraulic Press? Where would he even get another body? There should be plenty to choose from if you reuse the body of a formal victim. If there wasn't another body, then we could guess the victim was switched. Ha 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 ha! Ha 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 ha! But too bad! Switching the victims was impossible. The footage showed the body being crushed. When in the footage would they have been able to switch the victim? Und wir haben bereits festgestellt, dass die Bildung nicht in eine Art Doktorung war. Die Kamera hat keine Funktionen von Editing. Nur spielen, recordieren und pause. Monokuma auch gesagt, dass kein Computer verwendet wurde, um die Bildung zu editieren. Erinnerst du? Dammit! Me und meine große Hälfte! Das bedeutet, dass die Bildung nicht möglich sein würde. Also, wenn die Bildung nicht verwendet wurde, dann würde das bedeutet, Kaito ist immer noch nie. Wir haben bereits das so viele Mal gesprochen, die Chance für das passieren ist nicht möglich. Es könnte möglich sein. Huh? Es könnte ein Trick sein, um die Verwendung zu machen, aber wir haben es noch nicht gesehen. Oh, und was Trick ist das? See? Du wirst nicht wissen, hast du? Ich habe bereits gesagt, es ist imposs... Maki ist nicht falsch. Es gibt eine Art, die es könnte sein. Also, wir können hier nicht einfach nicht vergeben. Hey, Shuichi. Ich werde das auch noch denken, um das zu tun. Also, kannst du feststellen, ob die Bildung nicht verwendet werden? Wenn Kaito ist... ... oder nicht? Maki... Alle zusammen. Ja, ähm, meine Vermutung, die Kamera hat ja eine Pause-Taste. Also, Kaito hat sich wahrscheinlich, also die einzige Möglichkeit, die ich mir zusammenmalen kann, ist, dass, naja, Kokichi wollte ermordet werden, weil er ist vergiftet worden von Maki, hat wahrscheinlich gewusst, dass er stirbt und Kaito hat ihm angeboten, dass er ihn mit der Presse umbringt. Das heißt, Kaito hätte sich erst hingelegt, Kokichi hätte aufgenommen, hätte dann im richtigen Moment Pause gedrückt, sie hätten Plätze getauscht. Kokichi hätte sich dann so auf die Presse gelegt, dass man ihn nicht sieht, weil die Presse schon so weit unten ist. Kaito hätte wieder Play und Kokichi wäre zerquetscht worden. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich es mir ausmalen kann. Ja, ich bin sicher, dass wir etwas ausprobieren können. Diese Leute sind ein dummer Bunch. Kein Trick. Das ist wahrscheinlich eine andere Lie. Ein Trick an diesem Video. Oder der Trick an diesem Video. Äh, ja, ich werde jetzt aber natürlich erstmal speichern, ist klar. Und ich muss mir noch was überlegen wegen dem Race. Also, diese Tatsache, dass ich dieses Spiel hier eigentlich nicht mal als Strafe wählen kann, obwohl ich mich dafür so sehr ins Zeug gelegt habe, das hat mir jetzt irgendwie die Lust aufs Race versaut. Na, vielleicht kann ich das mit Feiern irgendwie noch besprechen. Weil ganz im Ernst, dieser, dieses ganze Gemeckere von allen möglichen Seiten und das geht mir auch am Arsch. Dass die alle auf mich und auf das Spiel losgehen, nur weil ich dieses Spiel mag. Oder vielleicht nicht deswegen. Vielleicht gehen sie einfach nur auf mich los, weil ich damals die Wahrheit gesagt habe und die Leute nicht hören wollten. Deswegen gehen sie so auf mich los. Traurig. Das war Danganronpa V3, Killing Harmony. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fiat euch.